Ich möchte eine Person als vermisst melden. Um wen geht es? Meine Tochter. Es ist ein sehr traditionelles Thriller, der in einer Weise nicht gesehen hat. Ich muss jeden Namen, den ich online lese, anrufen. Geh das Ganze lockerer an. Die größte Herausforderung war, eine sehr klassische Geschichte zu adaptieren und es mit dem nicht konventionellen Weg zu erzählen. Aber sie hat Freunde, oder nicht? Schon irgendwie. Das ganze Film war ein extrem close-up. Die Sache, die es schwierig gemacht hat, war, dass sie auf der Schreie schreien. Ich will herausfinden, was sie Donnerstag noch so gemacht hat. Aber als sie nach vorne und nach vorne, hatte es wirklich einen großen, emotionalen Beat. Ich darf nicht mehr helfen? Sie dürfen die Ermittlungen nicht länger unterstützen. Ich will ihnen doch nur helfen, meine Tochter zu finden. Es war lustig, herauszufinden, was das wird sein. Es sind 100 Jahre Filmmenzeichen in Filmmenzen gemacht worden, warum nicht alles von der Perspektive der Schreie sind? So eng waren wir nicht. Wieso war sie denn dann in einer Lerngruppe? Ich brauche gute Noten für Berkeley. Ich bin gleich wieder da. Es wird wirklich die Vokabularie des Filmmen verändern. Es ist ein Medium, um Geschichte zu erzählen, und Mediums müssen immer weiterentwickeln. Ich kenne mich. Was warst du an dem Abend, an dem meine Tochter verschwannst? Ich kenne mich. Ich kenne mich. Sie war meine Bestu-Freunde. Mit einem Krieger-Port. Was hast du dir angehört? Nein. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich.